Welche Lebensmittel ohne Zucker gibt es? Lebensmittel, die absolut keinen Zucker aufweisen, sind äußerst selten. Viele Lebensmittel weisen zumindest kleine Mengen an Zucker auf. Wie viel Zucker ist in Obst enthalten? Die meisten Obstsorten enthalten natürliches Fruchtzucker, das sich besser auf den Körper auswirkt als der herkömmliche Industriezucker. Dennoch können auch hier zu große Mengen negativ ausfallen. Darüber hinaus ist der Kalorienanteil höher als beim Gemüse. Auch wenn er sich Grenzen hält, besitzen Öle auch Zucker. Der entscheidende Vorteil von Ölen ist, dass kein Zucker vorhanden ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Olivenöl oder Rapsöl handelt. Gibt es Milchprodukte, die keine Spuren von Zucker aufweisen? Milchprodukte ohne Zucker existieren tatsächlich und enthalten oft eine Reihe wichtiger Substanzen, wie zum Beispiel Eisen oder große Mengen an Eiweiß auf. Dazu zählen verschiedene Käsesorten wie Camembert und Aufstriche. Gehören bei einer zuckerfreien Ernährung auch Fleisch und Fisch dazu? Fisch ohne Zucker wie zum Beispiel Lachs besitzt große Mengen an schnell verdaulichem Eiweiß. Was ihn optimal für den Muskelaufbau macht, weist Gemüsespuren von Zucker auf. Gemüse gehört zu den essentiellen Nahrungsquellen des Menschen. Besonders der geringe Energieanteil zeichnet Gemüse aus, so dass es sich optimal zum Abnehmen anbietet. Gibt es auch zuckerfreies Brot? Schaut man sich einmal genauer die Zutaten der verschiedenen Brote an, die in zahlreichen Lebensmittelgeschäften angeboten werden, stellt man überraschend fest, dass es kaum Produkte gibt, bei denen nicht Zucker zum Einsatz kommt. Allerdings existieren auch zuckerfreie Brote. Welchen Krankheiten können durch Lebensmittel ohne Zucker vorgebeugt werden? Durch den Verzicht von Zucker können eine lange Reihe an Erkrankungen vorgebeugt werden. Große Mengen an Zucker können das Immunsystem schwächen und den Blutzuckerspiegel erheblich erhöhen. Hier ist eine Auswahl von Krankheiten, denen man so vorbeugen kann. Studien, weshalb lohnen sich Lebensmittel ohne Zucker. Die Folgen von Zucker wurden bereits in zahlreichen Studien belegt. Im Jahre 1957 bezeichnete Dr. William Cuda Martin den Zucker in einem Artikel der Michigan Organic Newells ein Gift, bei dem es sowohl an Lebenskraft als auch an Vitaminen und Mineralien mangeln würde. Das folgende Zitat von Dr. William Cuda Martin bringt es dabei besonders treffend auf den Punkt. Wie wird Zucker verwendet? Für welche Lebensmittel ohne Zucker du dich letztlich entscheidest, hängt sicher auch von deinen persönlichen Präferenzen ab. Für Vegetarier zum Beispiel fällt die Kategorie Fisch und Fleisch von vornherein weg. Dasselbe gilt für Veganer, mit dem Unterschied, dass auch auf Milchprodukte aller Art verzichtet wird. Wie wichtig ist der Energieanteil in der Ernährung? Eine ausreichende Energiezufuhr ist für die einwandfreie Funktion des Körpers unabdingbar. Der Durchschnittsmensch benötigt pro Tag etwa 2000 Kilokalorien. Um alle wichtigen Substanzen wie Mineralien, Vitamine, Eiweiße und Co. zu erhalten, ist eine ausgewogene und gleichzeitig von unterschiedlichen Lebensmitteln bezogene Ernährung essentiell. Welche Inhaltsstoffe sind für die Ernährung wichtig? Die richtigen Inhaltsstoffe in passender Menge wie Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe, Kohlenhydrate und Co. sind der maßgebende Faktor für eine gesunde Ernährung. Pro Kilogramm Körpergewicht sollten nicht mehr als 0,75 Gramm Eiweiß pro Tag konsumiert werden. Während der Masseaufbauphase können es bis zu 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sein. Welche Vorteile besitzen Lebensmittel ohne Zucker? Wie bereits erwähnt, wirkt sich Zucker gesundheitsschädigend auf unseren Körper aus. Die Ursache von einer Vielzahl von Volkskrankheiten und Co. ist auf diesen Wirkstoff zurückzuführen, ist eine zuckerfreie Ernährung ratsam. Es ist allseits bekannt, dass große Mengen an Zucker den Körper in beachtlichen Schaden zufügen kann. Durch ein geschwächtes Immunsystem werden eine lange Reihe von Erkrankungen begünstigt, die sowohl körperlicher, als auch psychischer Natur sein können. Daher stellt sich nun die Frage, ob eine zuckerfreie Ernährung sinnvoll wäre. Industriezucker oder natürlicher Zucker Im Gegensatz zum natürlichen Zucker wird Industriezucker völlig isoliert gewonnen. Bei Obst, wie beispielsweise Orangen oder Äpfel, die einiges an Fruchtzucker enthalten, wird der Zucker von einer Reihe an weiteren Stoffen wie Mineralien, Ballaststoffe und Vitaminen begleitet. Diese helfen dem Körper, den Zucker schneller zu verarbeiten. Welche Alternativen zum Zucker gibt es? Als Alternativen bieten sich Quellen an, die neben dem Zuckergehalt zudem von natürlichen Bausteinen wie Vitamine und Co. begleitet werden. Besonders beliebt ist auch der Ahornsirup. Dabei wird der wässrige Sirup so lange gekocht, bis das Wasser verdampft, so dass lediglich der Sirup selbst übrig bleibt, gibt es eine App für zuckerhaltige Lebensmittel. Seit wenigen Monaten ist eine App namens Süßmacher öffentlich verfügbar, die von der Verbraucherzentrale Bayern stammt. Diese soll dabei helfen, zuckerhaltige Lebensmittel auszumachen.